So, ich komme gerade wieder von der Kö und zwar aus Düsseldorf, falls jemand nicht weiß, was die Kö ist. Und ich habe was von Coolblue mitgebracht. Ich finde Coolblue übrigens sehr, sehr gut als Firma und die liefern wirklich exzellente Ware und sehr schnell ab. Ja, auf jeden Fall, ich habe hier noch etwas ergattert aus dem Lager, das letzte Stück übrigens haben sie mir versichert, eine DJI Mini 3. Ja, die wollen wir mal unboxen, weil ich habe mich für die entschieden, nicht für eine neuere oder eine Pro-Variante oder sowas, aus dem Grund, weil ich fester Überzeugung bin, dass das da eigentlich das Einsteigermodell schlechthin ist. Für 330 Euro kriegt man die Drohne und die Feinbedienung dazu und einen Akku. Besser geht's kaum und deswegen, ich unboxe es erstmal für euch und wir schauen uns erstmal die Verpackung an. Oben rein gar nichts, wie man sieht. Von der Seite DJI Mini 3 mit Apple und Android kompatibel, DJI Fly App, die installieren wir auch und ja, mit einem Mac, Final Cut Pro und ja, das war es eigentlich. Von der Hinterseite brauche ich eigentlich nichts zeigen. Da steht eigentlich nur ein kleiner QR-Code bzw. Strichcode drauf und hier unten ist so irgendwas zum Aufschlitzen. Ich mache es aber lieber mit dem Messer. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich habe nämlich noch nie eine Drohne besessen, habe mich jetzt sehr lange dafür informiert, welche Drohne ich nehmen werde. Und ja, jetzt freue ich mich. So, erstmal den ganzen Plastikmüll wieder weg. So wie immer. Hier einen kleinen Kleberli abziehen. So ein Ding. So und ja, ich habe jetzt auch schon länger keine Videos mehr gebracht. Zwei Monate um genau zu sein. Oh, ist es magnetisch? Nee. Okay. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr gut geschützt. Da passiert rein gar nichts. Wie schwerer als gedacht. 250 Gramm darf es nicht überschreiten. Ansonsten brauchte ein Drohnenführerschein und ich glaube auch irgendwie eine andere Versicherung. Man braucht auf jeden Fall in Deutschland seit dem Jahr 2006, soweit ich weiß, eine Haftpflichtversicherung für eine Drohne. In manchen Haftpflichtversicherungen ist das schon mit inbegriffen, die Drohnenversicherung. Aber in den meisten ist es nicht so. Dementsprechend schaut mal sehr gerne, um Geld zu sparen, um Bares zu sparen, mal bei eurer Haftpflichtversicherung nach, ob die sowas anbieten. Das ist auf jeden Fall ziemlich praktisch bei manchen. So, wir sehen mal wieder sehr, sehr viel Plastik, aber so viel ist jetzt auch nicht. Sagen wir mal so. Wir hatten schon mal mehr. Ich erinnere euch an den Retro-Drucker von Kodak. Der hatte ordentlich Plastik. Der hatte richtig viel. So, auf jeden Fall, wir haben hier eine kleine Box. Und da sind drei Käbelchen drin. Einmal USB-C auf USB-C. Zack. USB-C auf Micro-USB heißt es, glaube ich. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ich weiß es nicht. Und USB-C auf USB-C. Sehr lobenswert, dass hier alles USB-C ist. Top. Ich hoffe persönlich, dass es hier noch einen Lightning-Stecker gibt, weil ich benutze nur iPhones und die meisten iPhones haben ja noch Lightning. Guck raus. Ganz viele Trocknungsdinger, falls ihr wisst, was ich meine damit. Uh, Ersatzteile, Ersatzteile. Sehr schön. Da hat der Herstand mitgedacht. Was ihr unter anderem auch braucht, ist eine E-ID. Du brauchst dir beim Bundesamt für Fluggegenstände, keine Ahnung, irgendwie so, beantragen. Das dauert dann zwischen einem Tag und drei Wochen. Bei mir hat es einen Tag gebraucht. Deswegen ist es anscheinend nicht so gut ausgelastet. Anscheinend kaufen sehr wenige gerade Drohnen. Was ist das? Packen wir erstmal weg. Kommt später ran. So uninteressant. Hier haben wir DJI Remote Video Editing App. Falls jemand das haben will, bitte sehr, solltet ihr es abscannen. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich benutze Final Cut auf mein iPad Pro und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Hier ein Quick Start Guide, wer es braucht. Ich denke, das wird sehr gut in der App erklärt. Ich mache hier mal vorsichtshalber mein Messer zu. mein Victorinox Messer. Mein Gartenmesser eigentlich ist das, weil das ist so ein bisschen geschwungen. Zack, weg damit erstmal. Oh, Schraubenzieher gibt es auch. Das ist doch sehr, sehr schön. Und wenn ich es richtig sehe. Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier nur. Ich dachte jetzt irgendwie gerade acht oder so. Kam so wegen der Reflektion irgendwie rüber. Aber es sind tatsächlich vier Flügel dabei. Einmal gekennzeichnet mit A und einmal gekennzeichnet mit B. Also ich denke mal hinten und vorne oder so. Steht wahrscheinlich auch in der Anleitung. Auf jeden Fall, man kann die Flügel mit diesen Schraubenzieher hier austauschen. Jetzt kommen wir aber erstmal ganz kurz nochmal schnell zu den Stickern. Oder was auch immer das ist. Ich bin persönlich sehr gespannt, was das ist. Was ist das? Das ist auf jeden Fall ein DJI-Sticker. Ein Sticker, ein Sticker, ein Sticker und ein Sticker. Nichts Nützliches, aber besser als nix, ne? Ha! Apple gibt ja sowas manchmal nicht mehr her. Im Übrigen, ich glaube, in den neuen Geräten von Apple ist es sogar so, dass ihr keine Sticker mehr automatisch dabei habt, sondern ihr könnt es im Apple Store erfragen, ob ihr Apple-Sticker haben dürft. Wo bleibt er da sehen? Ich bin sehr gespannt, was Apple da in Zukunft herausbastelt. Aber, naja. Hm. Wir schauen mal. Aber dass die Sticker nichtmals mehr dabei sind... Ich benutze sie zwar trotzdem so oder so nicht, weil ich irgendwie 30 Stück davon habe, aber... Es ist eigentlich ganz schön gewesen, immer die dabei zu haben. So, das ist das Herzstück des Produkts, was ich hier anboxe. Die Drohner selbst. Die DJI Mini 3. Die lege ich mal beiseite. Ein bisschen vorsichtiger. Und... Hier... Achso. Ja, wir sind stehen geblieben bei der E-ID. Das müsst ihr ja bei diesen komischen Verkehrsdingen da beantragen. Wo sind die Steuerknöppel? Wo sind die Steuerknöppel? Ah! Oh mein Gott! Die sind hier unten in der Fernbedienung drin. Ach du! Juhu! Das ist ein gutes Versteck. Darauf muss man auch erstmal kommen, muss man sagen. Wir bringen sie schön an. Einmal reinschrauben. Auf jeden Fall, die E-ID müsst ihr einmal ausdrücken, beziehungsweise irgendwie bestellen mit einer Plakette. Und sichtbar an der Drohne anbringen. Ich bin kein Experte dafür, da muss ich mich noch selber informieren, wie sichtbar das sein muss. Wie groß, wie klein, wie, keine Ahnung, zu sehen sein muss. Auf jeden Fall, das ist ein EU-Gesetz. Das hat leider nichts mit Deutschland zu tun, aber ist anscheinend in der EU vorgeschrieben. Seit 2021 ist es tatsächlich nur noch die E-ID bei 249 Gramm Drohnen und nicht mehr irgendwie andere Kontaktdaten, so wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder sonst irgendwas. Nein, ihr braucht tatsächlich, soweit ich weiß, nur noch die E-ID. Ich setze mich aber persönlich nicht darauf fest, weil ich bin kein Profi in diesem Spektrum, bislang zumindest. Und das wollen wir mal ändern mit diesen schicken Teilen hier. Ja, auf jeden Fall, ich finde es schick. Netter Controller, fühlt sich sehr wertig an und ist auch nicht so schwer. Ich würde sagen, die Drohne ist sogar schwerer oder genauestens gleich schwer. Auf jeden Fall mit USB-C ladbar. Das lobe ich mir auf jeden Fall schon mal. Schön mitgedacht, mein lieber Hersteller. DJI hat auf jeden Fall gute Leistung geschaffen. Hier haben wir was zum Ausfahren. Und das Ding ist für das Handy, wenn ich es richtig sehe. Aha, guck mal hier. Hier haben wir den vermissten Lightning-Stecker von eben. Toll. Wenigstens ist das schon mal auf jeden Fall drin. Und muss nicht noch extra gekauft werden. Hier passen ja Riesen-Handys rein. Die kann man einfach nach oben ziehen. Unendlich gefühlt. Mit ein bisschen Gewalt. Auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall die Standard-Fernbedienung. Es gibt noch irgendwie eine zum Nachkaufen für 300 Euro. Die hat dann hier noch so ein relativ großes Display. Das wollte ich jetzt aber nicht. Ich wollte jetzt kein extra Geld ausgeben. Das ist relativ unnötig. Ich glaube, jeder hat ein Handy frei zur Verfügung, was man da einspannen kann. Wenn es auch sein eigenes Daily-Driver-Handy ist. So. Auf jeden Fall. Das ist es auf jeden Fall erstmal. Vom Unboxing. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Unter anderem braucht ihr natürlich zum Aufnehmen eine Micro SD-Karte. DJI selber empfiehlt natürlich eine relativ schnelle. Die hat einen U3-Standard. Das seht ihr hier ganz, ganz unten. Seht man das auf der Kamera? Boah. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall ein U3-Standard sollte es haben. 128 GB habe ich jetzt genommen. 128 GB habe ich jetzt genommen. Ihr könnt auch weniger oder mehr nehmen. Ähm. Ich würde aber nicht unter 64 GB nehmen. Dann. Ja. Das wäre es eigentlich. Ich persönlich präferiere Sundisk. Einfach aus dem Grund, weil ich davon jahrelanger Kunde bin. Dementsprechend. Da kann man nichts falsch machen. Übrigens hier oben wird auch schon sogar ein Drohnen-Symbol gezeigt. Dass das für Drohnen kompatibel sein soll. Dementsprechend. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Sundisk ist auf jeden Fall die Wahl für meine Geräte. So. Jetzt sind wir gespannt, was wir hier noch an der Drohne machen müssen. Also die Abdeckung können wir so abmachen. Habe ich auf jeden Fall gesehen. Und da sind sehr viele Schutzsachen drauf. Boah. Hölle. Was ist denn das hier alles? So. Erster Sticker. Puh. Nicht, dass ich hier den Gimbal kaputt mache. Von der Drohne. Die Drohne selbst ist übrigens von 2022. Irgendwie im Dezember soweit ich weiß. Ist aber trotzdem noch. Top aktuell. So. Das waren viele Kleberlis. Und dahinter ist noch so eine Schaumstoffwand. Und da hinten ist noch ein Kleberli. Charge to activate the intelligent flight battery. Eine intelligente Batterie. So weit kommt es noch. So. So. Hier hinten legen wir die Micro SD-Karte ein. Jetzt sehen wir hier das kleine Fach und USB-C. So weit ich weiß ist sie nicht wasserdicht. So weit ich weiß ist sie nicht wasserdicht. Auch nicht irgendwie regen wasserdicht oder sonst irgendwas. Und hier sehen wir an der Kamera eine 24er 1,7er Blende. Irgendwie so. So. Ich bin kein Experte bei so etwas. auch wenn ich viel mit Kameras zu tun habe. Naja. Auf jeden Fall. Das wärs eigentlich erstmal hiervon. Ich tu hier mal den Schutzfeder drauf und dann können wir mal herumbasteln wie wir die Drohne. Wie geht das? Ich will hier nichts kaputt machen. Aha. Das schnappt schön ein. Wie eine Schnappstuhlte. Komischer Vergleich. Aber naja. So. Auf jeden Fall. Hier haben wir die Fernbedienung. Die legen wir mal beiseite. Und die Flügel klappen wir so aus. Zack. Und zack. Und 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 und. Zack. Und noch ein letzter. Ui. Das hat sich nicht gut angehört. Aber das sind natürlich nur die Flügel. Das macht glaube ich nichts. So. Sehr schön. Relativ groß muss ich sagen. Die ist jetzt nicht das kleinste Modell, was ich jetzt erwartet hätte. Aber auf jeden Fall. 249 Gramm wiegt sie. Allerhöchstens. Und 248 wiegt sie tatsächlich aktuell. Aus dem Grund. Weil ja. Die haben sich gesagt. Ich mache ein bisschen weniger. Und ein bisschen weniger ist mehr. In dem Sinne. Auf jeden Fall. Das soll es eigentlich jetzt gewesen sein von diesem Video. Und ja. Nicht viel mehr ist dazu zu sagen. Außer. Ich teste jetzt mal aus. Mal schauen. Ob ein Review kommt. Ob ich daran Spaß finde. Und ja. Ich werde sie auf jeden Fall nach Italien mitnehmen. Und dementsprechend muss ich mir da auch nochmal Gesetze für Italien anschauen. Ja. Wird nicht besonders lustig. Gesetze sind immer ein bisschen anstrengend muss ich sagen. Aber. Ist halt so. Kann man nichts machen. So. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ballert mal unten schön in die Kommentare ein paar Fragen zu der Drohne. Weil. Wer das Video online geht. Habe schon sehr viel Erfahrung denke ich mal mit der Drohne. Ich brauche hier erstmal wahrscheinlich eine Woche oder so zum Cutten. und bis dahin habe ich die Drohne schon von A bis Z durchgetestet. Ja. Das soll es eigentlich jetzt von dem Video gewesen sein. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video im Video. Bis dahin. Ciao. So. Jetzt nochmal ein kurzer Nachtrag von mir. Ja. Das sind ein paar Aufnahmen die sehr schön geworden sind. Die ich nochmal aus dem Urlaub mitgenommen habe mit der Drohne. Jetzt soll es aber gewesen sein von diesem Video. Ciao.